KKL! Drausen schneid's, ihr seht es an der Mütze, ihr seht es am Fenster und ich dachte, wir geben euch mal ein kleines Werkstatt-Update, ne? Ja, ist nämlich eine ganze Menge passiert. Schwebezustand Werkstatt. Ich habe jetzt zwar das zweite Abteil, aber habe erfahren, dass die Bude irgendwann abgerissen werden soll. War kurzzeitig da aufgekündigt, das hatten wir jetzt erstmal auf Stopp, das ganze Ding. Ist nicht schön, hinzu kommt jetzt nicht das allerbeste Wetter und bei einer unbeheizten Werkstatt ist es da relativ schwierig zu arbeiten. Gut, genug geningelt. Ich habe ein bisschen was gemacht nebenbei und zwar mit Cubot Records. Da haben wir ein Musikvideo gefilmt, wir streiten uns ein bisschen über den Schnitt. Und das kommt jetzt demnächst auch, ich glaube am 26. raus. Also keine Untätigkeit von meiner Seite, nur keine Online-Tätigkeit. Ich habe ein weiteres Projekt, was ich auch wieder filmen werde, das ist der Bau der Tür für die Werkstatt, auch wenn ich nicht weiß, was damit wird. Aber ich wollte schon mal eine Tür bauen und jetzt wie gesagt, wir haben hier mal so ein Rolltor. Damit uns die Hunde nämlich nicht immer abhauen morgens. Das ist unser tolles Rolltor. Das habe ich schon mal gebaut in so einem Z-Tür-Profil und das baue ich nochmal für die Werkstatt eben mit. Mit normalen... Na, Luna, wie heißt das? Dann gab es ja jetzt anscheinend Änderungen beim YouTube-Partnersystem, die betreffen mich jetzt nicht weiter. Aber wie gesagt, ich bin ja seit jeher werbefrei und das ist für mich völlig okay. Ich meine, es war schon immer schwierig Geld zu verdienen. Jetzt wird es halt auch auf YouTube schwierig. Da werden sich jetzt einige umsehen müssen, dass sie halt normal betriebswirtschaftlich arbeiten. Aber das ist meine Meinung, da gibt es einen großen Diskurs dazu, muss man nicht viel dazu sagen. Ansonsten die Werkstatt-Videos. Wie gesagt, ich habe viele, viele SketchUp-Modelle. Kann ich ja gerne mal zeigen hier. Na komm. Als Modell quasi und die ganzen Schränke und Schubladen und was da nicht noch dazu gehört, das muss noch gebaut werden. Und da gibt es auch schon das Material dazu. So, ansonsten, genau, sie schreibt gerade, es gibt viel Neues im privaten Bereich. Wir haben ja vor zu heiraten, beziehungsweise noch ein paar andere Überraschungen. Nein, kein Kind, auch kein Welpe, kein neuer. Aber da war viel zu tun. Zum Beispiel die Webseite von Pauline mache ich gerade auch noch neu und das ist eine ganze Menge Arbeit. Deswegen nicht so viele Videos. Video rumgequengelt, das interessiert eh keine Sau. Ich wollte mal wieder ein Lebenszeichen von mir geben und auch Danke an die Abonnenten sagen, die trotzdem noch da sind. Es ist sehr schön zu sehen, dass die Videos doch noch von Menschen geguckt werden. Auch die älteren Videos, die ich veröffentlicht habe. Und in diesem Sinne nur noch eine Einladung von meiner Seite. Und zwar am 22. Februar zum nächsten TubeSax, also dem nicht wie Ficken, sondern wie Sachsen auf Englisch. Da gibt es nämlich das nächste YouTuber-Treffen in Leipzig selber. Und da lade ich euch herzlich zu ein. Die Gruppe in Facebook heißt tatsächlich TubeSax, also S-A-X, YouTuber aus Sachsen. Und da könnt ihr alle Termine und auch eure persönlichen Fragen zum Beispiel zur aktuellen YouTube-Krise an uns stellen und die Community hier lokal hilft euch. Daraus ist auch zustande gekommen die Zusammenarbeit mit Qbot, mit Etienne im Speziellen. Der war nämlich bei uns da. Dann habe ich denen versucht zu helfen und gemerkt, okay, die machen schon einen ziemlich guten Job und mit denen macht es auch Spaß zu arbeiten. Was da kommt, wie gesagt, am 26. soweit ich weiß, ist das Release-Datum dazu. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer Ciao mit V, euer Kekka Erd. Selten, aber da.